Und damit herzlich willkommen zurück zu Deus Ex Area 51, Sektion 3. Geh, was du denkst, JC. Hör nur zu deinem eigenen Bewusstsein. Danke, Paul. Nichts anderes hatte ich vor. Und du wirst nicht wissen, dass deine Mutter und Vater versucht, zu protesten, wenn wir dich in Training bringen. Und sie lieben ihren kleinen Junge, JC, und deswegen sind sie tot. Ich schicke den neuen Job. Er schickt mir einen Mann, der den Job zu Ende bringt. Ich habe es in der Zeit. Findest du bitte... Moment, Sekunde. Dummdi-Dum, mitten im Kampf. Einfach mal heilen. Äh, genau. Das da und das da. Könntest du bitte... Ich wollte, dass der hier explodiert und die beiden anderen mitnimmt. Das hat leider nicht geklappt. Noch einen Schuss jeweils? Egal. Das fülle ich auf. Auf den einen Schuss kommt es auch nicht an. Irgendwie... War ich schon mal besser, ne? Könnte auch sein, dass das Spiel einfach schwerer wird gegen Ende. Ich habe nur noch einen Schuss. Du bist ein bisschen schneller auf deinen Fuß, als dein Vater war. Okay, also die Geschichte würde mich dann doch mal interessieren. Und auch hier wieder. Der alte Trick. Gibt es was drunter? Und in diesem Fall ist die Antwort Nein, oder? Was ist das? Äh, keine Ahnung. Die Antwort scheint Nein zu sein. Und ich glaube, man muss hier auch nicht mehr raus, weil den kann man nicht zurückholen. Vielleicht war es auch blöd, den jetzt wegfahren zu lassen. Vielleicht muss ich doch zurück. Deswegen leide ich noch mal eben kurz. Und, äh, okay. Hier kommt aber gleich eine Übertragung. Bin ich doch schon. Das ist in einem anderen Bereich mit seinem eigenen Schuss. Evert sagt, du willst mich zu destroy Area 51. Ich intercepte seine Kommunikation. J.C., er ist einfach nur benutzt, um dich zu bringen die Illuminati zurück zu power. Lass uns das und ich. Da ist ein Reaktor Lab mit zwei Antimattern Reaktors. In anderen Worten, ja. Du willst mich zu blow die Facilität up. Warum? Es ist nur ein Loch in den Boden. Dätten, die UN macht Area 51 die Hauptbahnhof für alle Elektronik-Kommunikationen. Der Aquinas-Protokoll, original für Verwalt, hat die Aufmerksamkeit nicht geplant, um die Sensor und Kontrolle zu kontrollieren, alle Formen der Medien. Wenn wir den Hauptbahnhof der Aquinas-Kommunikationen, werden wir die Global-Netzungs-Kommunikationen verletzen. Genau. Sie haben ihre eigene Schrauben, J.C. Wir werden die Global-Kommunikationen verletzen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das klingt wie ein Überlebnis. Als technologie hat die Global-Netzungs-Kommunikationen, jemand wird die Welt in der Hand. Wenn nicht Bob-Page, dann Everett. Daoud. Ein weiterer Stone-Age würde gar nicht sein. Nicht so drastisch. Ein Dark-Age. Ein-Age von City-States. Craftsmen. Ein-Age auf ein-Age-Kommunikationen zu ihren Bürgern. Ich denke. Savage hat ein-Age von Sektor 3, von dem er dort gearbeitet hat. Ich werde das jetzt transmitieren. Use es, um deinen Weg zu Pages-Kommunikationen in Sektor 4 zu finden. Dann findest du die-Age-Kontroll-Kommunikationen, die in der Nordwesten-Kommunikation der Sektor 4 zu sein. Die-Age-Age-Kommunikationen zu den Reaktoren. Dann gehst du zum Reaktor-Lab. Ich werde dir erzählen, wie eine Explosion zu bringen. Ein Korps? Ja. Du fühlst etwas. Ich muss wissen, was du fühlst. Und wie eine soziale Kommunikation folgt, dass jemand die Welt in seinen Händen hält. Davon bin ich nicht wirklich überzeugt. Wie viel hältst du aus? Moment, ich hab doch da so ein nettes Infantat. Oh mein Gott. Wie ich mich gerade anstelle. Bogey! Da hat mich gerade einer gesehen. Wahrscheinlich ist der irgendwo oben. Da oben. Oder? Nein. Hm. Genau, also ich bin nicht davon überzeugt, dass... Das scheint ein Altymateria-Reaktor zu sein. Meine eigenen Argumentationen sind bald komplett komplett. Ich werde mehr kräftiger sein, als du. Oh! 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 Ach so enthusiasts, da oben. Du faszinierst? Ja. Ist das wert? Ich bin nicht davon überzeugt, dass jemand die Welt in j quiser. Nur weil es eine globale Kommunikation gibt. Sondern eher ein Gegenteil. Dass globale Kommunikation der Menschheit eine Möglichkeit gab, sich zu vernetzen. Und auch etwas dagegen zu erkennen und sich zu informieren, was in der Welt passiert. Voneinander zu lernen und generell einfach den Wohlstand zu erhöhen für alle. Deswegen ist für mich diese Lösung inakzeptabel. Äh, was? Moment, da ist doch Pugh. Leute! Also, äh, wie ist es? Hallo, ich brauche Luft. Moment. Was tue ich denn schon wieder? Meine Güte, ich bin so unfähig. So, was hast du denn für mich? Äh, keine Ahnung, habe ich irgendwas gefunden? Ich weiß es nicht. Was sagt der? Was sagt denn der? Der sagt, ein weiteres Deck, Abwasserfilter, Code 2001. Ich finde es ja schön und gut, dass die Regeneration automatisch ausgeht, sobald man voll geheilt ist, aber die sollte wieder angehen, wenn man sie nicht selber ausgemacht hat, wenn man Schaden kriegt. Das kann nämlich ziemlich böse enden, wenn man damit rechnet, dass man sie angemacht hat, weil man gleich Schaden kriegt und dann einfach nicht mehr da ist, weil man zwischendurch voll geheilt war. Moment, was ist das? Hä? Interessant. Gut, komm ich da irgendwo hin? Ich kann total drauf. Aber bringen wir das was? Ich zahre jetzt irgendwie weiter, ich könnte jetzt darüber hüpfen, aber das... Das wird mir nichts bringen. Können wir uns mal treffen? Geht doch. Das war blöd. Ich würde kein Magazin verschwenden, wenn ich so einen Schuss drin habe. Ähm, nee, keine Ahnung, was das bringen soll. Ah! Jetzt erklärst du, warum hast du in Sektor 3 gebraucht. Komm zu dem, wenn es geht. Bis du meine Instruktionen sehen möchtest, werde ich nicht öffnen, die Tür zu Sektor 4 öffnen. Ah, richtig, da war ja eine Leiter. Die hätte ich einfach auch nehmen können. Egal. Ich bin hier, ich bin oben. Ist das ein Main in Black? Ja. Ja. Dann, äh, werde ich denen mal ein bisschen... erst Schaden zufüllen. Jackie Sexton, he could be anywhere. Oh, God! Zwei Mal, ah, zwei Mal ist zu viel, schade. Ich dachte mir vielleicht sind die, ähm... Man hat nicht gerade... Hab ich da nicht gerade Spinnen gehört? Ich dachte mir vielleicht ist das Betäuben ja effektiver, wenn man denen vorher Schaden zufügt. Bevor ich mich jetzt da weiter rumkämpfe, sehe ich gerade. Das ist da unten. Noch mehr zu entdecken bleibt. Richtig, hier war ich auch noch gar nicht. Und hier sind dann wahrscheinlich auch diese Spinnen. Jaaa, Spiderbot. Wirktalab. Drei Tools. Was war's? Acht. Nein, Moment. Acht. Neun. Nooo. Acht. Nooo. Verzippt. Acht. Nooo. Vier. Sechs. Ey. Was war's? 0. Eins. Sechs. Nein. Drei Tools. Ey. Moment, 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 Moment. Blödsinn. Ich hab doch... Ich hab doch davor was gelesen. 2001. Das war der Code. Das war euer aktueller Ohr. Aha. Ah. Das war der... 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 ...Company Queue. Ne, der Storage Queue im Wasser. Davon hab ich genug? Okay. Nein, Jessie, davon hat man nie genug. Elikid. Ja, das kann ich gerade gut gebrauchen. Ganz gut sogar. Zweimal. Und dann, äh... 40, 60. Sogar noch ein drittes. Das sieht nach Radio-Oktivität aus. Was? Area 51... Finale. Ach so. Was? Das ist die Reaktoren des Antimattern. Zwei gigante Bombs bekämpfstoffe. Woh. Woh! 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 Sie sind noch da? Wer? Die Greys. Sie sind direkt draußen, von den Reaktoren. Du meinst, die Spass-Aliens? Wir verloren die Kraft, als die Missile getrennt. Die Kages. Sie kamen ungelockt. Du hast eine ziemlich clean shot auf der Erde, wenn du jetzt verlassenst. Nein, nein, nicht bis ich die Trucke sehen. Wie kommt ihr hier zurück? Diese Umgebung ist restriktiv. Ich dachte, um die Reaktoren aufzunehmen. Haha, gut. Auch die Seraphic-8X-Guy sagen, die Reaktoren sind zu unmöglich. Die Reaktoren aufzunehmen. Die Technologie der Reaktoren aufzunehmen. Das ist das, was sie sagen, aber ich denke, das ist eine LIE. Die Greys sind nur Clones. Sie sind von Cells, die sie in Roswell haben. Aber wie wissen wir? Sie könnten nur die Reaktoren aufzunehmen, um keine Haare zu haben. Die Greys können die Reaktoren aufzunehmen? Haha, sie sind Reaktoren. Das ist die Sache. Vielleicht haben sie superbrains, aber sie wissen nichts über eine Alien-Civilisation, weil sie aufzunehmen sind. Ich habe noch nie in Sektor 4 selbst. Aber sie locken die Blast-Doors, weil sie mehr machen, als Clonen da oben. Ich habe einen von den Coden gefunden, 1038. Aber das war für den Akinis-Hub, hier in Sektor 3. Ich weiß nicht. Vielleicht kontrolliert das Akinis-System, aber ich habe noch nicht herausgefunden. Ja. Das heißt, ähm... Ich lade jetzt mal eben... Ja, komm. 1038, das ist okay. Ähm... Und ja... halt die Welt vor ihrer... Welt halt die Kommunikation retten, in Anführungszeichen. ... woran ich halt nicht glaube... ... mit den Illuminaten gemeinsam zu herrschen... ... mit verborgener Hand... ... ich weiß ja nicht... ... klingt dann irgendwie doch besser, ne? Vor allem verborgener Hand, also nicht so direkt einmischen, sondern mehr so... ... halblich dafür sorgen, dass andere das Richtige tun, sozusagen. Guten Tag! Hey, warum? Oh mein Gott! Es ist tot. Erinnern das Briefing. Wo ist denn hin? Sicherheitslabor B13... Sicherheitslabor B13... Sicherheitslabor... Area 51... Bravo 13... Oh... Das ist halt so wild. Diese Zugangsdaten brauche ich echt nicht. Ich kann ja hacken. Aber was ich bräuchte, wären... ... Zugangscodes, also die Zahlen. Ha, da war ich gerade. So, was ist da? Käfige sind offen. Okay. Apropos hacken, ne? Da kann ich's davon gleich tun. Und... ... wenn ich das getan habe, dann werde ich wahrscheinlich diese Folge auch gleich beenden. Implantataufbewahrung. Ah, Kamera aus. Tür entriegeln. Tür offen. Was? Nee, Tür offen ist schon okay. Kameras. Ja, lieber aus als an. Auch wenn ich da wahrscheinlich nicht mehr hinkomme. Ein Implantatupgrade. Ein Implantatupgrade. Das nehme ich gerne. Und hau's mir... Hm. Vielleicht dahin. Vielleicht dahin. Vielleicht dahin. Lieber dahin. So. Unsichtbar machen ist super. Außerdem... ... ist ja noch das da unten, ne? Aquinas Hub. Achso, das ist dann wahrscheinlich... Äh... Achso, das ist wahrscheinlich 1038. Moment, was es im Aquinas Hub gibt. Das erfahren wir in der nächsten Folge von Deus Ex, die wahrscheinlich das Finale sein wird. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.